Moin Leute, hier ist Jacks & Canis von Grimboard. Wir sind jetzt im Moment dabei unsere neue Homepage hochzuladen, die wir in längst langer Kleinstadt bei uns zusammengebastelt haben. Hab da vielleicht schon was mitgeprägt von uns. Und jetzt sitzt gerade unser EDV-Entspreader, der Ritchie, vorne dabei und will das Ding hochladen. Ich würde sagen, mach das Ding scharf. Soll ich den Knaller zünden jetzt oder was? Zünd den Knaller! soll ich den Kranz? JOWO, das sind Leute, wie geil! So, jetzt sieht's euch ja rein, ihr Möxel. Und jetzt visit the Grimgord Central on www.grimgord.de Grimgord.de